Einen wunderschönen guten Tag, wünsche ich euch schon, dass ihr da seid. Vielen Dank fürs Einschalten. Das April heißt, wir sind natürlich weiter viel mit dem Draft beschäftigt. Es geht in sieben Meilen Stiefeln auf den Draft zu, um mir mal irgendwelche komplett antiquierten Vergleiche heranzuziehen. Auf jeden Fall sind wir heute hier mit den Ravens. Wir haben schon viele Teams durchgezogen. Es kommen noch ein paar weitere in Videos. Mir wurde schon häufig gesagt, hoffentlich schaffst du mein Lieblingsteam, die... Und ich sag's nochmal, alle, die ich nicht schaffe, zumindest momentan der Plan, werde ich in einem Livestream hintereinander einfach durcharbeiten, irgendwann kurz vorm Draft. Und ja, dieser Livestream wird danach auch als Video verfügbar sein. Heißt, wenn ihr den nicht live gucken könnt, könnt ihr euch den danach angucken oder dann zu der Stelle spulen, wo ich über euer Lieblingsteam rede, was auch immer. Trotzdem natürlich gerne in den Kommentaren dalassen, welches Team als nächstes dran sein soll. Ich sehe nach wie vor viel Falcons, ich sehe nach wie vor viel Giants. Ähm, aber irgendwie werden die immer dann übertrumpft von anderen Teams. Jetzt, wie gesagt, Ravens. Alright, ich muss es inzwischen, glaube ich, nicht mehr sagen. Wir gehen auf sieben Runden, wir gehen zwei langsamer. Und hier... Ach, ich überlege, ob ich das nach da verschiebe. Aber ich glaube, wir müssen es auch auf Default lassen, einfach damit es jedes Mal gleich ist. Kommen ein paar komische Sachen bei raus, aber... Fwack, egal. So, Ravens. Wir haben relativ viele hohe, wertvolle Picks. Unser erstes auf 14. Ähm, bin gespannt. Ich habe wie immer mein Depth-Chart hier unten auf meinem Tablet. Das heißt, ich sollte ganz gut informiert sein. Es sei denn, ich habe mir meinen Depth-Chart falsch zusammengestellt, aber ist ja auch egal. So, ähm... Ihr seht schon hier, wie viele Picks wir haben. Wir haben 14, 45, 76, 100, 110, 119. Das sind alles, alles wertvolle Picks. Gerade natürlich hier so die ersten drei, sage ich mal. Ähm, auch wenn die, sage ich mal, nur die normalen Picks sind. Ähm, aber damit kann ich auf jeden Fall was anfangen. Ich überlege halt, was ich mit den Ravens mache. Denn einerseits müssen wir auf jeden Fall auf Superball gehen mit dem Team. Ähm, noch dazu wird es sich anfühlen, als hätten wir sehr viele neue, krasse Spieler bei den Ravens, weil einfach viele von Verletzungen wiederkommen. Wir haben so einen J.K. Dobbins zum Beispiel, ähm, Marlon Humphrey. Die werden halt extrem auffallen, wenn die wieder da sind. Kein Elias Campbell resignt und so. Deswegen ist da vielleicht der Niet ein bisschen weg. Ähm, also das Gute ist, wir haben keine richtig krassen Lücken im Roster. Auch welche, wo ich, wo ich viel, ähm, Verbesserung vom letzten Jahr prognostiziere. Die Line ist stabil. Also wir haben, wir haben nicht so viel zu machen. Und wie gesagt, wir müssen an, ähm, direkt dieses Jahr denken. Das heißt, wir müssen erstens Spieler holen, die in zweiter Reihe direkt dieses Jahr spielen können zur Not. Und zweitens müssen wir auch Impact-Spieler holen, die direkt dieses Jahr wirklich einen Impact für uns haben können. Weil wir müssen mit dem Team und mit Lamar noch auf einem günstigen Vertrag und so weiter. Wir müssen auf Superboy planen, auf jeden Fall. Let's go. Auch wenn ich hoffe, dass Lamar natürlich einen neuen Vertrag kriegt vor Anfang der Saison. Uh, bisher, ah, bis McDuffie sah es eigentlich ganz gut aus. Hamilton, Stingley, Walker, Neil, Garner. Nach wie vor ein bisschen merkwürdig, dass die Giants nicht auf Tackle gehen, wenn beide noch da sind. Aber, also mit beiden Picks nicht auf Tackle. Wenn die mit sieben noch den zweiten Tackle kriegen können und dann stattdessen Cornerback draften, I don't know. Äh, Econo dadurch zu den Falcons. McDuffie zu den Hawks. Kalaftus relativ hoch zu den, äh, Seahawks wollte ich gerade sagen. Aber es sind die Jets. Garrett Wilson, Charles Cross, Jordan Davis geht genau vor uns. Das war natürlich der eine, den ich im Blick hatte. So, ich habe viele, 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 viele Spiele, an die ich gedacht habe. Ähm, beziehungsweise viele Positionen, an die ich gedacht habe. Das Ding ist, ich habe sogar, wo ist er, Jermaine Johnson ein bisschen im Kopf. Ich habe Jermaine Johnson im Kopf, weil, wie nämlich, ah, Jermaine Johnson über Tyus Bowser, ne? Würde ich schon sagen. Weil wir den dann nämlich als Stand-Up Outside Linebacker spielen lassen könnten in einem 3-4. Und Ravens ist 3-4. Aber ich könnte auch mir einen zweiten, ich könnte mir einen Inside-Laybacker vorstellen. Oh, und wir haben, wir haben sowohl eine Corby Dean als auch Devin Lloyd noch da. Und Devin Lloyd schreit für mich irgendwie Raven und ich weiß nicht warum. In der Situation, wenn es so viele Spieler gibt und ich jetzt keinen klaren Favoriten hier habe. Denn ich sage auch ehrlich, ich nehme Jameson Williams mit Kusshand. Ähm. Ich hätte sogar Devontae White hier zur Not genommen, sage ich mal. Also hier gibt es viele, viele Spieler. Oh ja, hier gibt es viele Spieler, auf die ich Bock hätte. Corner auch. Wir haben Andrew Booth noch drin. Wir haben Kaya Elim noch drin. Also das wird alles, das wird geil. Wenn wir jetzt hier ein bisschen mehr rausholen könnten, dieses Jahr sogar schon, wäre cool. Ich nehme nicht an, dass sie das machen. Doch, das, uh. Ey, okay, PFF ist manchmal ein bisschen komisch. Guck mal, wir gehen drei Spots nach hinten. Es können uns gar nicht alle weggenommen werden, die wir haben wollen dieses Jahr. Und wir kriegen jetzt so eine 79. Mit einer 79 kann ich definitiv noch wen, äh, definitiv noch wen Wichtiges holen für dieses Jahr. Machen wir mal. Machen wir mal den hier. Drei nach unten ist gar nichts. Let's go. Devin Lloyd, Drake Johnson, Malik Willis. Der Kobe Dean ist noch da. Jermaine Johnson ist noch da. Booth ist noch da. Elim ist noch da. Wir könnten sogar versuchen, nochmal nach unten zu traden. 22. Fünf Picks nach unten. Okay. Die Eagles. Wen haben die Eagles denn vorhin genommen? Drake London. Okay. Die Eagles sind eine Gefahr für der Kobe Dean. Die Eagles sind eine Gefahr für Jermaine Johnson. Die Saints mit dem zweiten Pick sollten eigentlich O-Line oder Receiver gehen, nehme ich an. Die sollten O-Line oder, nee, Corner gehen nicht bei PFF. Hier ist halt wieder die nächste Gefahr. Und hier wären wir wieder. Habe ich ein... Okay. Ich wäre mit Jameson Williams immer noch super zufrieden. Ich wäre mit Nekobi Dean zufrieden. Ich wäre immer noch mit Jermaine Johnson zufrieden. Ich wäre mit Andrew Booth zufrieden. Ich wäre mit Kaya Elam zufrieden. Ich wäre sogar noch mit Boyle Murphy zufrieden. Das ist halt ein Step Down meiner Meinung nach von Jermaine Johnson. Und ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass Jermaine Johnson in dem Gebiet hier irgendwo geht. Sollten wir Jermaine Johnson nehmen. Wisst ihr, was halt krass wäre, wenn wir jetzt... Aber das ist vielleicht ein bisschen zu viel gedacht. Wenn wir noch irgendwas dieses Jahr kriegen und auf 22 runtergehen. Und dann sind eventuell beide noch da. Also Dean und Johnson. Dann könnten wir mit den Assets 76, 79 und dem, was wir jetzt noch zusätzlich kriegen aus dem Packers-Pick. Könnten wir hoch in die erste eventuell. Und beide nehmen. Aber das glaube ich irgendwie nicht. Okay, Malik Willis ist weg. Es könnte sein, dass die Steelers deswegen runter wollen. Fragen wir mal an, was die Steelers wollen für den Pick. Ich nehme nicht an, dass das reicht. Nee, okay, das war logisch. Wie wäre es damit? 0% Chance. Okay. Never mind. Wie wäre es mit sowas? Dann müssten wir aber einen Corner mit 76 nehmen. Kriegen wir mit 76 noch einen Corner? 76 einen Corner, der über... Immer Marsche spielt. Ja, muss ja. Aber jetzt ist die Frage, brauche ich eher einen dritten Corner oder brauche ich eher jemanden, der über Beins spielen kann? Okay, 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 okay. Wisst ihr was? Wir nehmen erstmal Jermaine Johnson. Wir nehmen erstmal Jermaine Johnson. Und dann versuche ich... Wisst ihr was? Ich gehe mal im Speed noch zwei runter. Und dann versuche ich, falls die beiden nicht eine Kobe Dean picken, versuche ich da nochmal reinzutraden. Aber erstmal nehme Jermaine Johnson. Ich kann nicht Pause drücken. Oh, eine Kobe Dean ist weg. Dreck. Okay, damit hat sich mein Plan aufgelöst. Aber ist vielleicht gar nicht so schlecht. Ist vielleicht gar nicht so schlecht. Okay, gut, dann gehen wir wieder zwei hoch mit dem Speed. Und dann machen wir mal weiter. Und wir können ja zwischendurch mal... Oh, love it. Penning. Warum ist das jetzt so langsam auf einmal? Ich bin dann wieder hoch mit Speed. Zack, zack. Zack, resume. Wow, 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 wow. Jesus. Ey, ich bin die ganze Zeit auf dem gleichen Speed. Warum schießen die jetzt auf einmal so? Ah, egal. Fuck it. Dann gehen wir halt hier... Ey, PFF ist drunk, ich sag's euch. So. Okay. Das ist nämlich der Dreck. Das ist nämlich der Dreck. McCurry ist genau vor uns weg. Kyler Gordon ist genau vor uns weg. Müll. Das ist nach wie vor kein Corner. Das ist nach wie vor kein Corner. Aber auf der anderen Seite. Geistesblitz. Wir haben Marcus Williams oben. Wir haben Chuck Clark eher in der Box. Geno Stone eher in der Box. Ich hab's Tony Jefferson zur Not eher in der Box. Das heißt, für Nickel, was ja sowieso eigentlich Base ist, könnten wir Queen drauf lassen und dann im Slot Jam Petri haben. Das ist ziemlich clever von mir, muss ich sagen. Ja, nehmen wir. Let's go. Wupp. Hm, my bad. Draft. So, jetzt mal gucken, wie schnell er schießt. Das ist wieder echt langsam. Warte, ich geh mal eins hoch mit dem Speed. Das ändert sich original gar nichts. Na egal. Vielleicht, wenn ich einmal auf Pause gehe und dann auf Weiter. Na egal. Dann gehen wir jetzt halt erst so langsam durch und dann können wir nachher schießen, wenn's dann in den langweiligeren Bereich geht. So, jetzt sehen wir mal ein bisschen besser, was passiert. Jeff Moomer ist weg. Können nämlich immer noch drüber nachdenken. Linebacker. Aber wenn jetzt selbst Brandon Smith schon weg ist, dann wird's halt ein bisschen schwer. Troy Anderson weg. Eieieiei. Jetzt gehen die Receiver. Terry Gwollin ist weg. Brian Asamoah genau vor uns. Nein. Ah, das ist ärgerlich. Das tut ein bisschen weh. Das tut ein kleines bisschen weh. Wir haben... Der hilft uns halt dieses Jahr nicht. Das ist das Problem. Aber wir könnten Channing Tindle noch holen. Channing Tindle schreit auch echt ein bisschen Ravens, wenn ich ehrlich bin. Okay. Spot Nummer 1. Wir sind ja hier auf 79 gleich nochmal dran. Wide Receiver hätte ich gerne noch. Jalen Torbert nehme ich gerne. John Matchy nehme ich lieber. One Day Robinson nehme ich am allerliebsten. Auch wenn ich überlegen muss, mit Hollywood Brown und Devin Duvernay vermutlich eher nicht. Okay, aber hier nicht. Da habe ich auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit. Justin Ross nehme ich auch gerne. So. Gehe ich in die O-Line vielleicht? Ich muss ja immer noch dran denken, dass ich Ravens bin. Warnigberg sind für Set, einen dritten. Quarterback drafte ich nicht. Da hole ich mir zur Not irgendeinen Free Agent, wenn ich einen will. Candy, ich weiß nicht, warum der immer, 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 immer so weit auf dem Board ist und alle draften ihn irgendwann. Dillon Palm, Dillon Palm, Dillon Palm, Dillon Palm über Terry Phillips oder? Nee, ne? Aber O-Line, wichtig. Let's go. Value. Torbert. Channing Tindall. Nein! Genau. Oh, ich hasse es. Ich hasse es. Ich hasse es. Ich darf nichts laut sagen. PFF hört das und nimmt mir dann meine Leute weg. Ich könnte wieder Darren Pea was holen, aber das ist jetzt auch noch ein bisschen zu früh. Mist. Mist. Oh Mann, aber es sind ja echt nicht mehr viele, die ich wirklich gerne spielen lassen würde im ersten Jahr. Und es waren doch genau die drei hier. Und bei ihm bin ich mir auch schon nicht sicher und er kann nicht spielen im ersten Jahr. Das heißt, wenn ich noch einen Linebacker brauche, dann muss ich eigentlich ihn holen. Weil der wird auf 100 nicht mehr da sein. Aber dann ist die Frage, welcher Wide Receiver ist auf 100 noch da? John Matchy ist nicht mehr da. David Bell könnte noch da. David Bell wird noch. Ah! Average Draft Position 90. Ei, 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 ei. Was ist ein größerer Need? Linebacker würde ich sagen, ne? Interior D-Line brauchen wir jetzt eigentlich auch nicht mehr wirklich. Auch wenn Matthew Butler da geil wäre, aber vermutlich auch noch nicht jetzt. Ähm. Ja, come on, Darren Beavers. Und dann gucken wir mal ein bisschen, wann die Wide Receiver weggehen. Einer. Zwei. John Matchy direkt. Drei. Ah. Müll. Vier. Fünf. Ach, shoot. Nicht gut. Vor allem, wir hätten Munition gehabt, hochzugehen. Das war ein bisschen dumm von mir. Hätte ich hochgehen sollen, hätte hochgehen sollen. Hier sehe ich mich immer noch ein bisschen, aber nicht jetzt. Definitiv nicht jetzt. Da werde ich vermutlich ein bisschen Ärger für kriegen nachher in der Note, weil ich mir ein bisschen zu hoch den jetzt geholt habe, aber egal. So, wollen wir uns noch einen echten Safety angucken, jetzt mit 110. Können wir machen, wa? Ups. Wie heißt denn hier olle Cincinnati Dude? Ach. Ich sag, wie heißt denn hier olle Cincinnati Dude? Und er ist ganz oben. Let's go. Oh Mann, ey. Da hat man schon den Namen vergessen. Ich wollte gucken, ob er noch da ist. Und dann ist er da, ist ganz oben. Muss ich mir gar nicht erst Gedanken machen über den Namen. Let's go. Okay. Jojo Dorman ist noch da, das ist Value auf jeden Fall, aber muss ich nochmal auf Linebacker reingehen, gerade bei einer 3-4, gerade wenn wir sowieso relativ viel Nickel spielen werden. Nope. Ähm, Tackle habe ich, End habe ich, Linebacker habe ich, Corner habe ich, Safety habe ich. Mal, Moment mal, hatte ich schon so viele Picks? Aber ja, ich habe einen Tackle, ich habe einen End, ich habe einen Linebacker, ich habe einen Corner, ich habe einen Slot Corner, Slash Safety, Slash Safety und ich habe einen richtigen Safety. Damn. Ja, aber auch logisch, weil ich offensichtlich noch original gar nichts gemacht habe. Doch, wir haben ja sogar schon Dingsbums. Ähm, Memphis Guard. Hm. Die haben echt viele Picks, ne? Reachen wir jetzt auf Thornton, ist die Frage, mit 119. Die haben den auf dem Wert von 180. Eigentlich ist mir egal, was mir PFF erzählen will, wenn ich ehrlich bin. Wenn ich einen Spieler will, dann will ich den. Let's go. Da werde ich eine richtig schlechte Note für kriegen, glaube ich. So, und jetzt sind wir halt beim Punkt angekommen, wo wir nicht mehr wirklich viel machen können. Ähm, Richtung, bringt mir das was? Nick Boyle, ja, das bringt mir was. Richtung, ähm, Starter. Wo wir jetzt nur noch viel auf Prospect gehen können. Widermeyer hatte einen anders schlechten Pro Day. Okay, deswegen ein bisschen kritisch, aber wir probieren es trotzdem. Über Grand Calcutta auf jeden Fall. So, ich habe noch drei Picks. Alle unter 200. Was machen wir damit? Das ist ein Koch haben wir noch. Brauchen wir eigentlich keinen Panther. Ähm, wir könnten nochmal auf Corner gehen. Warum ist ein Codef-Flot noch da eigentlich? Und warum ist der so viel besser bewertet als Mikado Wright? Das fühle ich gar nicht. Nochmal, mir ist egal, was mir PFF erzählen will. Let's go. Also, und jetzt, ich könnte sogar wirklich auf Sektom gehen, aber, warte mal. Wir haben Jawan James noch. McCurry. Double Dip auf Corner? Nee, wir haben ja theoretisch schon einen Corner. Chris Paul ist noch da. Wisst ihr was? Ich glaube, ich habe Bock irgendwie auf Small School Project. Äh, Prospect. Ich weiß nicht, wieso ich dieses Jahr die ganze Zeit Project statt Prospect sage. Sterling Weatherford. Wir können nicht den nächsten Safety draften. Wir brauchen keine White Receiver. Wir haben viele gute White Receiver. Wollen wir uns noch einen Running Back vielleicht? Weil, ich meine, wir haben echt gute Running Backs. Aber, obwohl... Ist Gus Edwards ein guter Running Back 2, ist die Frage. Vermutlich. Könnten wir einen besseren haben. Vermutlich. Ist Kyron Williams ein Raven? Oder ist Son of the Night ein Raven? Wer von euch beiden ist Raven-Nigger? Ich würde jetzt eher mal sagen, der Raven... mehr Ravige von euch ist vermutlich... Wer ist der mehr Ravige von euch? Es ist halt immer die Frage, ob wir einen Komplementär-Back suchen für J.K. Dobbins oder ob wir einen suchen, der ihn ersetzen kann, falls er down geht, ne? Aber wir haben auch Hassan Haskins noch mit dem... Wenn wir Chandler oder Haskins mit dem 196er nehmen können, wäre ich schon happy. Deswegen nehmen wir mal hier jetzt erstmal lieber keinen, sondern nehmen einfach... Wisst ihr was? Wir gucken mal, ob wir vielleicht einfach was Cleveres machen können. Den Pick geben, die wollen hoch und wir nehmen dafür Dreck. Wir nehmen dafür den hier. Und wir geben dafür den hier. Dreck. Und dafür wollen wir noch den hier. Ne, dafür wollen wir noch den hier. Nein, Mist. Dafür wollen wir noch den hier und den hier. Und den hier und den hier. Ey, 7-Tronen-Picks sind echt gar nichts wert, ne? Okay. Wie wäre es damit und damit und damit? Ne. Das ist auch ihr erster Pick, das ist ein bisschen crazy. Okay, dann nicht Denver, weil... Alles ein bisschen doof. So. Ihr kriegt den. Wir kriegen den und dafür kriegt ihr noch den. Never. Okay. Wie wäre es mit... So. Nein, okay. Wollte ich auch nicht. Hm. 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 Das funktioniert alles nicht. Okay. Dann nehmen wir einfach den glatt gegen den? Wieso wollen die das nicht, frage ich mich. Das ist unfair. Weil letztendlich geben wir ihnen 4-Tronen-Pick und wir kriegen 4-Tronen-Pick. Das heißt, sie sagen jetzt schon, ne, wir sind viel schlechter als ihr. Ich will einfach nur ein Jahr nach hinten. Ich brauche hier niemanden wirklich. Ich will einfach die Munition für nächstes Jahr haben. Machen wir halt den noch drauf. Das ist so viel. Machen wir den noch drauf. Okay, cool. Ich sage eben noch, ein 7-Tronen-Pick ist gar nichts wert und jetzt hat der Balken von komplett leer auf komplett voll gemacht. Ein 7-Tronen-Pick 2,24 auch noch, aber egal. So. Heißt, wir haben den Pick jetzt quasi einfach nur abgegeben, kriegen dieses Jahr nichts dafür. Ich muss wieder ein bisschen schneller hier. Jetzt hat es übrigens was gebracht, dass ich den Regler verschoben habe. Merkwürdig. Wie können wir wieder ein bisschen langsamer gehen? Okay, jetzt, äh, langsamer kann er scheinbar nicht. Nevermind, wir haben ja sowieso nur noch einen. So, und jetzt gucken wir, was auf Running Back noch da ist. Und Sir Conrad, Zeus ist noch da. What? DJ Pladge ist ein... Ah, aber Zeus ist noch da. Ne, es ist gar nicht Zeus. Sorry. Ups. Wrong Name. Jerrion Ely ist noch da. Das ist jetzt wieder so ein Ding, da werde ich eine super schlechte Note für kriegen, weil ich White nicht nehme, sondern Ely. Und der ist Rang 2,12 bei denen und der ist 132. Das ist ein riesiger Unterschied. Hier reach ich sogar, weil ich auf 196 bin. Aber, ich finde ihn besser. Let's go. Ist mir egal. Also, wir verabschieden uns schon mal von der guten PFF-Note heute. Denn das war unser letzter Pick. Ich glaube, ich werde tatsächlich ein kleines bisschen gebasht werden. Mit der Note. Aber ist mir egal. Ich bin halbwegs happy. Zumindest mit der frühen Phase vom Draft. Dahinter hätte bessere Sachen passieren können. Beziehungsweise, ich glaube, ich hätte aggressiver nach oben gehen sollen in manchen Situationen. Wisst ihr? Gerade, weil ich vorher noch sage, ja, wir wollen auf Super Bowl und sowas. Okay. Hier kriege ich erstmal eine 2+. Also, die ersten sehen schon mal ganz gut aus. Hier kriege ich eine 2+. Und das ist, meiner Meinung nach, wenn ich da geblieben wäre, hätte ich sowieso Jermaine Johnson gedraftet. Also, das ist wieder ein 2-plus für PFF. Für mich persönlich eine bessere Note. Deutlich besser. Jermaine Johnson, 2+, nehme ich. Hier kriege ich eine 1+. Damn. Dylan Palm geben sie mir sogar eine 2. Okay. Beavers eine 2-minus. Hätte ich nicht gedacht. Hätte ich gedacht, kriege ich eine schlechtere Note. Butler hätte ich auch gedacht, kriege ich eine schlechtere Note. Let's go. Brian Cook kriege ich eine 2. Thornton kriege ich eine... Ja, okay. Das ist aber der erste, wo ich gesagt habe, da ist mir die Note von PFF egal. Das heißt, das ist ein massiver Reach gewesen. Ich glaube, der hatte Wert 180 oder sowas bei denen. Ich habe ihn auf 119 genommen. Für Wiedermeyer kriege ich eine 2 wieder. Für Mikael Wright eine 3-minus. Alter, stimmt. Wir haben Mikael Wright sogar noch gedraftet. Und für A, Jaren Illin eine 4+. Hm. Okay. Und für den Trade, der eigentlich, glaube ich, davor war, aber ist auch egal, kriege ich nochmal eine 3+. Insgesamt eine 2+. Geht sogar eigentlich. Das ist besser, als ich gedacht hätte, muss ich sagen. Weil ich habe gedacht, dass sie mich für Jaren Illin mehr nehmen. Ich hätte gedacht, dass ich für Matthew Butler eine deutlich schlechtere Note kriege. Für Beavers sogar eventuell auch. Aber naja, wir gehen mal durch. Wie immer. Starter. Starter in Packages, aber Starter. Eventuell Starter. Je nachdem, wie sein Camp ist. Genau das gleiche hier. Wird Snap sehen, wird Snap sehen, wird Snap sehen, wenn auch nur als Returner oder sowas. Fragezeichen. Contingency Plan und vielleicht Special Teams. Hilft mir, dieser Draft dabei den Superbowl zu gewinnen? Wenn die beiden einschlagen, ja. Also ich sage nicht, wenn die beiden einschlagen, falls die Draften gewinnen sie den Superbowl. Aber falls die beiden so spielen, wie ich es mir erhoffe, slash vermute, dann ja. Übrigens, wisst ihr, was komisch ist, was mir gerade auffällt? Manche haben Gesichter und manche haben nur einfach die Logos von ihrer Uni. Das wird vermutlich immer so gewesen sein. Aber jetzt gerade ist es mir auch verfallen, weil nur Jermaine Johnson sein Gesicht hatte. Naja. Gut, wie immer. Lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, wie ihr den Draft fandet. Egal, ob ihr Ravens-Fans seid oder nicht. Beziehungsweise ein einzelner Ravens-Fan. Aber schreibt es gerne dazu. Von wegen Ravens-Fan. Ich fand den gut oder nicht Ravens-Fan. Und ich fand den kompletten Müll. Was auch immer. Ihr könnt mir auch gerne eine Note geben, wie ihr wollt. Ich lese mir das so oder so durch. Und denkt dann natürlich auch dran, euer Team fürs Nächste mal dazulassen. Beziehungsweise den Kommentar zu liken, der euer Lieblingsteam erwähnt. Und bisher schon die meisten Likes hat. Denn ich gehe nach einem einzelnen Kommentar mit den meisten Likes. Heißt du, wenn ich zwei Kommentare habe, die jeweils 40 Likes haben, die Giants sagen. Und ich habe einen Kommentar, der 45 Likes hat, der Falcons sagt. Mache ich Falcons. Hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Wenn ihr aber nicht mehr verpassen wollt in Zukunft, dann abonniert einfach. Und ich hoffe, wir sehen uns alle im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao. Ciao.